Meine Damen und Herren, Sie sehen eine... Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt eine innovative Möglichkeit, ein Intro zu gestalten. Viel Spaß! Hallo, ihr kleinen Batzen, schön, dass ihr wieder da seid und wir sind wieder da mit einer neuen Folge von unseren wunderschönen, ähm, ja, was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was uns bedrückt, ist auf jeden Fall das neueste Video von Neo Machère. Ihr habt es jetzt bestimmt gesehen auf Platz 1, der Trends richtig krass wieder durchgechartet. Aber ihr habt bestimmt noch nicht das neueste Video jetzt von ihm gesehen, der danach noch eins rauskaut. Das ist krass, dass man das für das Geld macht, Alter. Ich schwöööre, was los! Aber schaut mal selber. Yo, Leute, was geht wieder ab? Wir sind wieder hier, heute in der Großstadt und, Alter, wir haben so viel Kohle dabei. Ich schwör dir, wir haben so viel Kohle dabei. Seht ihr? Seht ihr? Ich schaff 1.000 Euro. Mal gucken, was die Leute machen für 1.000 Euro. Los, komm mit, los, komm! Oh, yo, Digga, Digga, grüß dich, ey. Komm mal her, pass mal auf, wir haben das richtig geil ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du so krass, bist du krass drauf? Ich bin krass drauf, Alter, ich schwööre dir. Pass mal auf, ich hab hier, ich hab hier 1.000 Euro, aber da will ich was von dir, was richtig krass ist, okay? Pass auf, 1.000 Euro ist voll viel, ey. Ich schwöre, pass auf, du gibst mir jetzt die Hand, schüttelst mir die Hand, 3 Sekunden. Vor all den Leuten, ne? Ja, 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 Mann. Vor all den Leuten, ja, Mann. Ich weiß, Alter, er macht das so, komm, mach, mach, mach. Ich weiß nicht, aber, ey, aber 1.000 Euro ist viel, ne? Okay, komm. Ich überlege, warte, ich überlege, okay. Komm, Alter. 1.000 Euro sind viel, ne? Komm, Alter, schau dir das an, schau dir das an. Das ist schon mehr als 10 Euro, oder? Das ist schon ein bisschen mehr, Alter. Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich zieh durch. Alter, scheiße, er macht, ich zieh durch, jetzt. Okay, okay. Aber kurz, okay? 3 Sekunden, 3 Sekunden, ich schwöre. Krass, Mann, der hat so, fuck, Mann, der hat das durchgezogen, Mann, ich schwöre. Alter, boah, komm her, komm her, du hast dir das, du hast dir das verdient. Jungs, Jungs, ich schwöre, der Typ ist so Hammer drauf, Mann. Ich schwöre, ich schwöre. Also, dann, ich würde sagen, hau rein, Mann. Pass gut, ne? Also, wir sehen uns auf jeden Fall, dich so was... Ich kriege nochmal Zeit, hier. Hey! Ha! Nee, dass du das gemacht hast, Mann. Das war auf jeden Fall das neue Video vom Leo Maschere. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch für den Sketch einen kleinen Daumen nach oben. Drückt mal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und könnt auch noch weiter masturbieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wollen wir gerne wieder Kommentare mit in das Video einbinden. Also, schreibt vielleicht Kommentare mit rein. Denn, dann könntet ihr auch bald im nächsten Video sein. Wer will das eigentlich? Ich habe auch keine Ahnung, was ist los mit euch? Deswegen kommen auch keine, keine Wille bei uns. Ja, deswegen haben wir so wenig Abonnenten. Das habe ich euch ja gesagt. Keiner hat Bock auf uns. Nicht mal, wir haben Bock auf einander. Ich schreibe gleich mal einen Kommentar. Ich schwöre, ich... Das muss ich auch mal wieder mit einem Fake-Profil haten jetzt. Wer ist denn? Lomschlong-Donsen, oder was? Lomschlong-Schlöggelse. Ich weiß nicht, aber das mit den Abonnenten. Ich fühle mich da manchmal wirklich, wie wenn ich einfach so abstürze. So, weißt du? Von der ganzen Persönlichkeit. Als wenn ich aber mit 100 kmh auf den Boden smash. Abo? Abo. Wir haben da auch noch was richtig krasses im Internet gefunden. Das treibt auch gerade so in den Trends vor sich hin. Und zwar krasse Sachen, die keiner aufgenommen hätte, hätte keiner gesehen, wenn sie nicht aufgenommen wurden. Während, ihr versteht, was ich meine? Ach so, du meinst, sagen die aufgenommen wurden, obwohl die nicht aufgenommen worden wären, dann hätte das keiner gesehen. Weil wenn die Diener gedreht worden wären, dann ist das normal. Oder wenn die Person blind, wer dies anschaut, so weiß Bescheid. Auf jeden Fall, davon haben wir die besten drei nochmal für euch rausgesucht. Und das ist... Boah, das sind krasse Dinge. Das sind wirklich krasse Dinge. Da voll. Ja, also was haben wir da gesehen? Oh Gott, da habt ihr das gesehen. Das legt wirklich direkt ein Dörblitz ins Auto ein. Den Leuten ist aber nichts passiert. Wir haben schon mal nachgefragt. Hier sehen wir uns nochmal in Zeitlupe. Achtung, passt auf. Jetzt. Alter. Alter, das ist so heftig. Wirklich. Ich finde das so krass. Stell dir das mal vor. Das passiert dir, ey. Aber ey, ich gehe mal weiter mit dem Nächsten zum Wuschel. Mach mal weiter, bitte. Jo, danke. Jo, wir sind hier gerade im Kriegsgebiet. Und ja, also in der Situation möchte ich niemals im Leben stecken. Und achtet mal genau drauf, was jetzt passiert. Bam. Knapper kann es im Leben echt nicht kommen. Stellt euch mal vor, ein Sniper. Wir seht euch direkt am Kopf an. Drückt ab und streift ganz knapp euren Helm, weil ihr euch vielleicht noch einen Millimeter weg bewegt habt oder so. Boah, also ich glaube, ich habe gerade mega Gänsehaut. Aber der, wo jetzt nächstes kommt, das ist der krasseste überhaupt. Baut mich bitte. Übelst heftig, ja, übelst heftig. Ja, guck, der passt nur ganz kurz nicht auf. Und dann passiert schon, der macht, oh Gott, ey. Digger, Mann, du wärst fast gestorben, Mann, ey. Das war voll knapp. Hey, danke, Mann. Habt ihr das gesehen? Wir schauen uns noch mal ein Zeitpunkt an. Das kann nicht wahr sein, Alter. Was da hätte passieren können, aber ich habe noch mal richtig Glück gehabt. So, das war es schon mit dem heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zeigt es uns mit einem Daumen und ihr wisst wahrscheinlich die ganze Scheißzahl. De-abonnieren. Ja, genau. Ihr wisst es. Kommentieren, wichtig, ganz wichtig. Kommentieren, was das Zeug hat. Und dann wieder löschen. Genau. Für 1000 Euro mache ich. Nicht dabei. Boah, klar. Wer zahlt? Ich habe keine Ahnung. Ihr. Hoch. Ihr, der, wo jetzt da gerade zuguckt, du musst das zahlen. Aber wenn es sein muss, dann machen wir das öfter. Also. Sag schon, du lässt mich denken. Nein. Jetzt knackst, hörst du das? Ja. Aaaaaah. Brozeit. 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 Brozeit.